Ab zur Händler-Kapsel! Richtig guter Zeug! Lass dich zusammen flicken! Croissant, Paquette! Oh oui oui! Oui oui, Monsieur! Deutschland greift einen Rückzug! Waffe denn Ballet das? Nicht mich, nicht mich! Nicht mehr, nicht mehr! Yeah, ich habe 447! Ich will einfach mal wissen, wo meine scheiß Knarren sind! Das ist doch unnormal! Mit dem Mausrad kannst du Waffen wechseln sogar! Ich habe jetzt das Gar, aber ich brauche immer Moon! Moon brauchst du! Dann kauf dir was! Ich habe genau gar kein Geld mehr! Brauchst du noch was für irgendwas? Nee, scheißegal! Ich habe auch noch einen Dollar! Wo vergibst du denn Geld aus? Ich höre, dauert immer nur Ja, keine Waffen, kein Geld! Wo wofür kriegst du das hin? In Drogen und Nutten! Ich konnte doch nicht mal Rüstung oder Heilung oder nicht! In den 9mm-Maglung! Ja, mit Q kannst du zur Not auch selbst heilen! Ja, Heilung hat Büro mir zu gehen! Ich musste mir immer Position kaufen! Ja, oder so! Achso, ich habe dich nicht geheilt! Das ist fast peinlich! Alter! Klingt irgendwie nicht so geil! Da kommt er schon! Direkt, Digga! Pack dich mal die abgelegte raus! Sonst ist alles irgendwie... Okay, der will mich nicht! Wieso will er mich nicht? Achso, mich will er ja! Ja, der ist schon tot! Ja, der stand auch die ganze Zeit ziemlich offen da! Also, die haben ihren Schwachstelle direkt auf der Brust! Achso, die Frau! Das ist ihre Schwachstelle! Ja! Kann es nicht beides sein? Ich meine, haben wir auch keine Rechte! Wie im Teamspeak, meinst du das? Das ist genauso! Ja! Auch im Teamspeak! Damals... In der Zeit, aus dem mein Charakter kommt, ja? Ah! Ja! Wie viele Kinder, wie möglich zu gebären! Ja, die hatten sogar nicht Wahlrechte! Entweder sie geholfen oder sie kriegen natürlich die Fresse! Ja, und sie durften ausgekämmtes Frauenhaar für Treibbienen sammeln! Stimmt! Unter anderem! Und an der Flak irgendwie... rum basteln! Munition! So, Texas Chainsaw Massaker ist auch schon wieder tot! So! Ja! Irgendwie gar nicht, Alter! Diese Folge nämlich dann auch erledigt! Ja! Das können wir uns leisten! Hilfe! Boah! Boah! Ja, ich... Sehr nice! Das ist so nett von dir, die waren jetzt grad überall! Bitte schön, komm! Ja, ich bin auch wieder gleich down! Habe ich die grad nicht geheilt? Doch, du hast mich geheilt! Warte so, dann habe ich... Ja, eigentlich... Hast du die Karate geschmissen denn? Ja, und... Wödern wollte ich eigentlich eins mit dem... Injektor geben! Oh! Eins mit dem Schrauben ziehen! Das ist mehr als genug Heilung! Hurraaa! Einer reinziehen! Einen Haufen Matsch! Zehn! Hinter euch! Oh! Gib mir zehn! Wo denn? So, und, äh... Wer fehlt jetzt noch? Irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt könnt ihr doch mal abkern kommen! Oh, ne! Die Rölle ist erledigt! Na denn? Oh, ich habe eine Schaufel gefunden! Weißt du, Welle 8 von 10! Ja, der kann zu Budden gehen! Ja, jetzt kommt Welle 9, ja! 8 von 10, ehrlich! Zum Glück habe ich gerade noch genug zusammen für meine A12! Ah, ah! AA12! Ah, ah, ah! Hol dir das Handwerkszeug für deinen Job! Ja, ich habe jetzt mal alles geholt, ne? Passt du! Achso, ja, ich muss die Schaufel verkaufen! Dann passt das auch vom Gewicht her! So, ich habe 430 Cash zum Verschenken! Wer braucht was? Ich nicht! Ja, ich brauche jetzt dann auch nichts mehr! Dann gebe ich mein Geld aus den Brüdern! Dann gebe ich mein Geld aus den Brüdern! Hier, tanz, tanz dafür! Die Zeit ist fast um! Trefft eure Wahl! Und dir geht's gut! Danke! Feindige Orte! Nicht schlecht! Vielen Dank! Hier liegt noch, äh, hier liegt noch eine Winchester oder irgendwas? Oh, die Staffel ist zu schwer! Ja, ihr habt noch so ein Gewicht her! Hast du deinem Charakter! Fuider hier! Wie ihr da? Da, hier! Yeah, ein Schimm-Wesser! Ich glaube, ich muss mir später noch einen Schimm-Einschicken! Oh! Oh, schenkst du mir auch ein ein. Ja! ich muss so ein viertel nach vier los morgens ja das das steht mir nächste woche auch wieder bevor natürlich da ist auch so oder kommen der macht nicht können wir kommen die nachricht Ich sollte vielleicht ausweichen üben. Alter, ich komm nicht mehr raus hier! Lade doch schneller nach! Ey, ich werd voll wieder in die Ecke gedrückt hier. Ich komm hier nicht raus. Ey, Dickie! Ey, cool, ne Errungenschaft. Wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Ja, ich wurde in die Ecke geflückt von Fatty. Aber jetzt hab ich den Fatty. Sehr geil. Weil ich in Slowmotion war, hab ich für sie nicht zwei Granaten geworfen. War klar, war klar, der Nazi muss ja in den Heil. Es muss in den Heil. Es muss in den Heil. Der Nazi schon wieder. Mit dem Heil halt. Also, halt Heilung. Heilung? Aha. Der Nazi-Soldat schon wieder. Das ist aber ein Nazi-Soldat. Der ist gar nicht so schlimm, wie er es ist. Es waren nur viele. Nein! Das ist wieder ein Kippensägen, Mann. Oh, schon wieder ein Fatty, Alter. Oh, Kippensägen. Massaker. Ja, wo ist er hin? Bam, bam! Oh fuck, kann ich nur sehen. Oh, das haben einige. Ihr müsst euch mal lieber in Treppe und Kollegen. Bödern, bewegt dich! Ja, ich bin in die falsche Richtung. Nein! Links-Rechts-Schwäche. Oh fuck. Das wird teuer. Boah, es sind ja nur 29. Ich bin in die Ecke. Ich bin in die Ecke. Das ist leicht bescheiden. Ja, du musst... Das habe ich am Anfang auch gehabt. Du darfst nicht in Kreis rennen. Du musst wirklich... Du musst wirklich geradeaus versuchen irgendwo hinzurennen. Wegzurennen, erst mal in anderen Raum oder anderen Gang oder so. Das ist so ein bisschen den Flow vom Spiel, den man noch... Meine Schoflinse, meine Winchester. Ja, ich habe eine 50er Desert Eagle habe ich aufgenommen, ne. Also eine Desert Eagle kann ich dir auf jeden Fall mitbringen. Basti hat, glaube ich, die andere. Ja. Wo ihr gerade beim Wegrennen wart, ja. Das hat mir auch am Anfang ziemlich schwer gefallen. Es fällt auch immer noch ein bisschen schwer, weil es halt irgendwie so... Wie schweiß ich die nochmal ab? Du musst halt echt nicht umgehen mit Backspace. Nicht mit kurz oder so. Was sonst... Sehr geil. Ne? Kleppst du dich ja da rüber. Eine von meinen Babys habe ich schon wieder. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wieso macht der Beste nicht? Ha, verarsch mich doch nicht. Ach, warte, wir machen es einfacher. Hier hast du ein bisschen Geld. Das ist, das ist... Cool, vielen Dank. Warte, ich habe dir auch noch ein bisschen Geld gegeben. Ich nicht. Also jetzt habe ich schon alles weg. Bäm, bäm. Öffne das Handelsmittel und verbessere deine Ausrüstung. So, ich habe wieder zwei Eagles. Oho. Oho. Matt Eagles. Ich hör schon wieder was dickes. Ähm, hier oben sollten wir aber glaube ich nicht unbedingt verweilen. Ja, es... Also ich bin draußen. Ich bin draußen. Ich höre es auch schon irgendwo stammt. Oh, da ist die Ketten. Oh, da ist die Ketten. Fuck, ey. Ich komme da nicht hin. Boah, was ist hier los? Ich kann das nicht. Shitfuck. Ich geh zum Bildern. Ihr müsst da hinten so alles zu machen. Wir müssen hier eine Mauer aufbauen. Eine Mauer aufbauen? Die, die, die Gegner haben eine Mauer aufgebaut, durch die ich nicht durchkomme. Ah. Ja, Bildern. Ich brauche nicht gerade eine aufbauen. Eine, eine... Unzerstörbare... Oh, das Todes. Ja, ich werde hier gleich zersägt. Ja, ich bedaufe. Aber es sind noch eine... Baron, du musst hinten hoch. Komm, hinten hoch. Ja, ich bin down. Ich bin down. Zurück. Rückzug. Ich hatte... Mich hatte Kettensägen... Typ voll... Komm zurück, komm zurück. Ich bin down. Ich bin fast im Arsch. Geh mal mit ein bisschen zurück. Ist das denn schlecht? Oder kannst du ihn zum Rücken frei halten? Ich bin down. Okay, ich bin da... Irgendwas kontrolliert hinter mir. Ich finde, keiner checkt das Rücken. Das ist... Ja, halt mal den Rücken frei, ja. Wie denn? Ich meine doch nicht, ich... Ich bin doch genau im Bildamt. Achso. Achso. Ja, aber ich... Ja, aber ich... Nee. Komm, überhaupt nicht klar hier. Ja. Oh Mann, ich freue mich schon wieder auf die Kommentare, eh. Zu der Folge. Ja, das wird super. Uh. Nee, dann drück mal Q zwischendurch. Hat er gerade schon. Achso. Ich hab ihn im Auge, der hat sich gerade schon gehalten. Okay. Alter. Alter. Erz. Ja. Würde dann teilweise nicht rückwärts laufen, sondern einfach umdrehen und ein Stück wegrennen. Und dann... Dann nach einer Zeit wieder... Alter. Müsst du nicht den Gegner reinrennen, Mose? Kleiner. Ja. Ja. Ja, ich heil den mal. Oh, er hat sich vielleicht keine Nöte. Heftig wie viele! Wie viele! Hier ist alles voll! Wie gesagt, versuch nicht, auch wenn du auf dem großen Platz bist, versuch dann nicht großartig im Kreis zu rennen und einfach direkte Wege irgendwo hinzu gehen. Ich glaube, ich brenne. Ja, er hat schon wieder aufgehört. War nur an dem Tempo. Oh, Kettensegentyp. Nicht mehr weg. Ja, ihr macht das schon. Ich weiß nicht, wo ich hin soll, ey. Ich weiß nicht, wo ich hin soll, ey. Hier ist alles dicht. Man kann hier doch nur im Kreis laufen. Okay, würde dann das daumen. Oh, Moni, das ist gar nicht mehr so schlecht. Basti ist nicht an dir. Oh ja. Alles gut. Marie waren auch schon alle down, oder? Ja, Basti sind nur 20. Ich hab meine A12. Das ist alles easy. Den Kettensägentypen gebe ich gleich ein paar. Oh, der startet gerade Cowboy. 13 Stück noch. Halt die Schnauze. Fettsack. Klappe. Der Bastinator. Oh, hier ist ja eine Garage. Oh, da liegt noch mehr Moni. Oh, eine Garage. Ich glaube, hier ziehe ich ein. Auf jeden, ey. Hier unten, ey. Du hast ja noch Sex. Das schaffst du doch noch was. Hier unten können wir unser YouTube-Ding aufmachen, ey. Sieht richtig schick hier aus. Unser YouTube-Ding? Ja, unser Lagerhauptquartier hier. Unser YouTube-Lagerhauptquartier. Von hier operieren wir. Wenn es Probleme gibt, dann erscheint das YouTube-Button. Der YouTube-Button am Himmel. Da steht ein. Ja. Und wir kommen im YouTube-Mobil. Also da. So. Jetzt kommt die Bosswelle. Komm zu mir, Olli. So schnell wie du kannst. Hier oben, wo ich stehe. Ja. Ich wollte zum Ding anziehen. Nein, komm hierhin. Dann sparst du dir mehrere Tausend an Cash, weil hier oben deine Waffe liegt. Oder eine Waffe. Ja, ich habe meine Waffe gerade schon aufgesammelt. Ah, very nice. Sehr gut. Ja, ja, ihr kennt das Ding. So auch gut. Thanks. Brüder denkt sich nur, was muss ich machen? Ja, jetzt muss ich aber auch schnell da hinlaufen und mir noch... Oh, ich glaube auch, musst du noch da draußen sein. Uh, bup. Aua. Okay, Bosswelle, jetzt hoffen wir mal nicht, das ist der Patriarch. Das ist der Patriarch. Ich bin echt am Arsch. Wir hoffen wir mal, das ist der Latte. Scheiße, ich brauche Geld. Wie viel Geld? Ich habe 3.000. Irgendwie 400 oder so zum Aufholen. Ja, warte, ich gebe dir sofort. Oder gib mir einfach Munition. Ja, Muni, 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 Muni. Fehlen Olli auch noch ein bisschen Muni, Muni, Muni. Nein. Da, Muni, Muni. Muni, 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 Muni. Ich brauche auch was. Da, hier, da. Ich gebe dir auch schon die ganze Zeit. Nein, du gebest die ganze Zeit nur ohne was. Ach, Entschuldigung, danke für ihn. Nein! Nein! Ja, scheiße. Ach, shit. Ja, okay, es ist mir die ganze Zeit. Hey, Hans! Hans Wolter. Ich werde euch exterminieren. Da, bitteschön. Da kam... Ah, aufpassen. Bringt ihr zwar jetzt auch nichts mehr, aber... Äh, was soll ich mit Geld nennen? Uns, uns, uns. Zwischen der dunklen Rotlichtecke. Uns, 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 uns. Ja. Aber vielen lieben Dankeschön. Wo ist der Hans eigentlich? Er kommt gleich runter. Er kommt da schon. Hallo, Hans! Hallo, Hans! Hast du auch voll im Gift, dass du nicht zu lange da drinstehst? Diesmal schießt ich langsam, aber gezielt, ey, weil... Deine Munition... Ach, balle einfach auf. Da hinten... Oh, toll, da hinten war eine Munitionskrisse. Jetzt ist die auch weg. Hab ich genommen, Entschuldigung. War Reflex. Ich hatte einmal geschossen und nicht so sofort aufgeh'n. Ja. Ja, hinten ist echt die Schlafstelle. Ah, 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 zwölf, was aufbricht, Gas? Gebt Gas! Ich hab euch mal ne Heilgranate rübergebrochen. Äh, kommst du zu mir, Baron? Dann kann ich nicht zu ner, äh, Baron, sag ich schon wieder. Dann kann ich nicht zu ner, zu ner, zu ner, zu ner Munitionskrisse lenken. Alter, verletzt mich ganz! Kein Bock mit dir zu püscheln, ey! Ach, Fotze! Ja, ja. Wo denn? Äh, direkt hinüber auf deinem Zweite, der Bahn. Ja, ich seh' gar nix mehr, ey. Hier, genau. Und dann hier rein, hier links. Hier da rein und dann links. Ja, bitte schön, kriegst mich ein bisschen Heilung. Vielen Dank. Ich helfe mal so lange den anderen eben schnell. Oh, hallo! Wussten wir... Der, der, der ist in der Ober. Das war nicht besonders... Der will mich... Oh, 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 oh. Ach, hallo, Hans. Also, dem ist er die Aufmerksamkeit. Die müssen uns echt wissen. Also, das ist voll schlimm. Hallo, Hans! Hans! Oh nein, Hans! Hans! Mein Leben! Pass auf, es gibt Gas oder Bomben. Oh, alter, was will er denn die ganze Zeit von mir? Oh, sorry. Ich wollte dich... Scheiße, dreckig! Ja, hast du mit. Hinter dir, lauf! Hinter dir, lauf! Ihr seid nur noch zu dritt. Ja. Na, ich wollte dich reinsteigen. Ja. Nein! Schmeißen, ey! Schmeißen, ey! Schmeißen, ey! Schmeißen, ey! Habt keinen, ey! Aller, wie krass! Wie krass er sich heilen kann, ey! Ja, nix im Vergleich zum anderen, ey! Ja, das stimmt. Er verfolgt einen! Ja, mich! Ja, hinterher dann, ey! Pass auf, wir können's ein bisschen eng werden! Der hängt hier fest! Hängt er? Nein! Nein! Jetzt nicht mehr! Oh, okay! Ja! Jetzt hat er's auf mich abgesehen! Aber pass auf! Wir teilen uns aber auch gar nicht zu hart auf! Alleine, ich... Ja, ich... Gegen den Pisser nicht gut klar! Ja, ich... Der weiß grad gar nicht so recht, wohin wir rennen sind, glaub ich! Ja! Ja, er rennt zu mir! Na, okay, wir rennen! Ich hab mal in der Höhe! Nicht verblüten! So, und das ist geil! Alles gut! Pass auf, Bomben! Und die Gas! Bomben! Oh, ich brauche... Trink hier, trink hier, trink hier! Trink hier! Irgende... Healnate würde mir helfen! Ja! Ich bin down! Na, shit! Ich war in ihm drinnen gehangen und wollte dich grad heilen! Oh, das wird schwer! Kannst du... Äh, da ist Muni, das ist gut! Ich hör hinter mir ganz viel kriechen! Ja! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Irgendwo muss er doch jetzt kommen! Hans! Hans! Wo bist du, Hans? Hans, du enttäuscht mich! Der labert hier die ganze Zeit! Aber ich seh auch! Ja! Ja! Kommt der vielleicht von hier jetzt? Ich hör hin! Da hinten ist er da hinten! Genau gegenüber! Ja! Der ist direkt auf der anderen Seite! Ganz unten! Ah, da hinten! Hans! Ganz schnell hier am Umspeen! Bleib du bitte im Hintergrund oder so! Ich versuch ein bisschen... Der kommt... Kommt grad äh, raus! Jetzt kommt der in den U-Bahn Schacht rein jetzt! Ja! Und Gift! Gift! Weg hier! Fuck! Jetzt ist er in der U-Bahn drin, ich verfolge ihn mal ein bisschen! Er kommt auf mich zu! Oh nein, er chillt! Ganz schnell, Olli! Deine Chance! Spaller! Spaller! Wie blöd! Oh, pass auf! Granaten! Weg hier! Weck hier! Oh, fuck! Oh! Schrott, Alter, ey! Ab und zu mal wieder heilen, ne? Ja, komm! Ja, ja! Ja! Nicht mit mir, Hans! Oh, 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 oh! Pass auf! Du hast nur noch vier Schuss, Alter! Lauf einfach! Komm, das kriegt ihr hin! Ja! Heil dich, mein Ohr! Zurück! 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 Nur noch ne DO! Zum Glück hab ich noch ne Wiegel hier, ganz zufällig! Oh, ja! Nein! Oh, ich brauche Leben! Ich brauche Leben! Ich brauche Leben! Also jetzt verreckt doch mal, Nazi-Sau, ey! Äh, dass du ein Nazi gegen Nazi! Ihr kriegt ihn! Ihr kriegt ihn! Oh nein, ne! Oh, fuck! Oh, fuck! Er ist! Olli! Ist er down? Nein! Weil auf einmal der angerannt kam! Komm, Olli! Komm, Olli! Ja, Olli, Olli! Du kriegst das da! Fuck! Nein! Ah! So knapp! So knapp! So richtig knapp! Damit ihr für irgendetwas habt! Weil auf einmal der ankam und mir Insta-Hit gibt, ey! Oh, Mann! Krass, wie heftig die Bosses sind, ey! Okay! Auf jeden Fall! Morgen geht's weiter mit Killing Floor 2 und dann vielleicht mal mit einem etwas eingespielteren Team! Richtig! Macht's gut! Tschau! Tschüss! 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 Tschüss!